Hallo miteinander, ich bin die Cornelia und ich freue mich, dass ich euch mein Team vorstellen darf. Mit dabei heute ist die Barbara, die Cara und die Amelie und wir vier möchten euch ein Fingerspiel zeigen. Für unser Fingerspiel brauchen wir unsere Hand und unseren Zeigefinger. Das ist der Johnny. Und los geht's. Johnny, 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 Ups, Johnny, Ups, Johnny, 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 Piks. Und so sieht es dann aus, wenn ihr es selber macht. Los geht's. Drei, vier. Johnny, 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 Ups, Johnny, Ups, Johnny, 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 Piks. So und jetzt alle zusammen. Drei, vier. Johnny, 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 Ups, Johnny, Ups, Johnny, 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 Piks. Und jetzt geht es mit dem Ringfinger weiter. Johnny, 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 Ups, Johnny, Ups, Johnny, 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 Piks. Und so sieht es für euch aus. Drei, vier. Johnny, 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 Ups, Johnny, Ups, Johnny, 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 Piks. Und jetzt alle zusammen. Und beim Piks treffen wir uns in der Mitte. Drei, vier. Johnny, 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 Ups, Johnny, Johnny, Ups, Johnny, 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 Piks. In der nächsten Runde startet Johnny beim Mittelfinger und endet dort auch wieder. Drei, vier. Johnny, Johnny, Ups, Johnny, Ups, Johnny, 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 Piks. Und jetzt machen wir es alle zusammen. Und wohin den Piks, Amelie? Piks? Drei, vier. Johnny, Johnny, Ups, Johnny, Ups, Johnny, 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 Piks. Und jetzt startet Johnny mit dem Zeigefinger. Drei, vier. Johnny, ups, Johnny, ups. Johnny, 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 Pinks. Jetzt machen wir alles zusammen. Nur ein bisschen schneller. Aber wo machen wir den Pinks hin? Nach oben. Gute Idee. Eins, zwei, drei, vier. Johnny, ups, Johnny, ups. Johnny, 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 Pinks. So, jetzt fangen wir nochmal mit dem fünften Finger an. Aber ich brauche ein bisschen Bewegung. Und deswegen mache ich meinen Hups so. Hups. So, alle bereit? Fünfter Finger. Jetzt geht's gleich los. Drei, vier. Johnny, 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 Pinks. Johnny, 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 Pinks. Und ich möchte ja auch noch gerne mal meinen Finger nehmen und ihr nehmt euren. Wie wär das? So machen wir es. Seid ihr bereit? Drei, vier. Johnny, Johnny, ups, Johnny, ups, Johnny, ups, Johnny, 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 Pinks. Und jetzt machen wir es gleich nochmal und richtig schnell. Drei, vier. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020